Hallo, mit dieser Filmreihe wollen wir über das Phänomen der Prüfungsangst informieren. Unser filmisches Angebot richtet sich an Studierende der AWTH, die nicht zu unseren Studientrainings kommen können oder wollen, aber trotzdem Unterstützungsbedarf haben. Der Film kann aber auch ergänzend zu unserem Studientraining keine Angst vor Prüfungsangst oder der Einzelberatung genutzt werden. Wir haben uns für einen eher unterhaltsamen Ansatz für diesen Film entschieden, um dem Ganzen so ein bisschen die Schwere zu nehmen. Selbstverständlich können wir in den kurzen Filmen nicht alle Themen und auch nicht alles in der entsprechenden Tiefe behandeln. Einige Aspekte werden daher auch verkürzt und vereinfacht dargestellt. Wenn Sie sich weitergehend informieren wollen, laden wir Sie herzlich ein, weitere Angebote des psychologischen Teams der zentralen Studienberatung zu nutzen. Am Ende jedes Filmes haben wir das Wichtigste kurzschriftlich zusammengefasst. Außerdem finden Sie dort eine kleine Übung, mit der Sie selbstständig den Umgang mit Prüfungsangst trainieren können. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Geschichte von Felix, der ein Bachelorstudium an der RBTH beginnt und sich plötzlich mit Prüfungsängsten konfrontiert sieht. »Sie Selbstverständlich« »Sie Selbstverständlich« »Sie Selbstverständlich« Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie bitte? Wird nix, keine Chance. Was soll das? Keine Angst. Die anderen können mich nicht sehen. Ich bin nur für dich da. Ich bin die Angst. Merkst du schon was? Was soll ich merken? In deinem Kopf schwirren die Gedanken. Ich schaff das nicht. Ich fall bestimmt durch. Du spannst deinen Körper an. Du zitterst. Kriegst Atem oder Schweißausbrüche. Du fühlst Panik, Resignation, Enttäuschung. Du schaust immer wieder zur Uhr. Und du liest dir die Fragen immer und immer und immer wieder durch. Das sind die vier Ebenen der Angst. Alle Ebenen beeinflussen sich jeweils gegenseitig. Und verstärken das Erleben während der Prüfungssituation. So wie bei dir jetzt. Nicht wahr? Und plötzlich geht nichts mehr. Und bei der zweiten Aufgabe wusste ich erst gar nicht, was damit gemeint ist. Da dachte ich erst, es geht um das achte Skript. Da war ja so eine ähnliche Aufgabe. Und das habe ich dann auch geschrieben. Aber dann bei der vierten Aufgabe habe ich gemerkt, dass das nicht sein kann. Weil es ja hier um das achte Skript geht. Und er ja niemals zwei Aufgaben zum selben Skript machen würde. Und erst dann habe ich gemerkt, dass die zweite Aufgabe eigentlich das vierte Skript ist. Mann, so ein Ärger. Da musste ich alles nochmal machen. Und am Ende war es ganz schön knapp. Aber ich habe zum Glück noch alles rechtzeitig geschafft. Hätte mich auch sonst echt geärgert. Mach dir nichts draus. Ich erkläre dir jetzt, was genau bei dir gerade passiert. Das hier ist meine Angst-Rückkoppelungsschleife. Mein Insight-Loop. Das Ganze funktioniert so. Ich aktiviere die Schleife, indem ich dich auf die Gefahr in einer speziellen Situation, beispielsweise einer Prüfung, sowie eben hinweise. Du könntest durchfallen, versagen, du weißt schon. Daraufhin schlägt dein Herz schneller. Bumm, bumm. Gleichzeitig spürst du Spannung im Körper, Stress. Du merkst mich immer mehr. Und weil das so schlimm ist, verspürst du den sehr verständlichen Impuls, wegzusehen, wegzulaufen. Du würdest gerne abhauen. Und wenn du das tust, verschwinde ich. Die Angst ist weg und dir geht es wieder gut. Und weil das so gut funktioniert hat, wirst du in Zukunft immer flüchten, immer abhauen, wenn ich vorbeikomme. Das wird aber nicht dazu führen, dass du deine Prüfung gut bestehst. Stattdessen werde ich immer häufiger bei dir sein. Weil du ja noch eine ganze Menge Prüfungen vor dir hast. Und du wirst immer abhauen. Und so geht das immer weiter. Das ist die Angst-Rückkopplungsschleife. Das ist mein Job. Hier ist das nicht schön. Wie lief es denn bei dir? Ähm, Paula, kann ich dich was fragen? Klar. Siehst du diesen komischen Typen? Gleich seht ich. Es war lustig. Und sonst? Ja, sag ich doch, die sieht mich nicht. Mann, ich habe ein leeres Blatt abgegeben. Ich hätte einen totalen Blackout, dagegen gar nichts mehr, verdammt. Vielleicht hat es ja doch noch irgendwie gereicht. Was soll denn da gereicht haben? Ich habe ein leeres Blatt abgegeben. Hier, guck mal. Die zentrale Studienberatung bietet Studientrainings zum Thema Prüfungsangst an. Geh doch mal hin. Bringt eh nix. Das bringt eh nix. Ich brauche keine Studienberatung, ich brauche einfach eine gute Note. Was ist das? Ach, das ist nur so ein Forschungsprojekt. Experimentelles Praktikum. Na? Hi. Wer ist das? Das ist Marc. Sag mal, wäre das okay, wenn der erstmal bei uns wohnt? Warte, ich komme mit. Und so ging mein erstes Semester zu Ende. Mit einer völlig versemmelten Klausur und einem komischen Typen, den nur ich sehen kann und der mir einredet, der letzte Versager zu sein. Ob ich den Kerl loswerde, ob ich im Studium dann doch noch die Kurve kriege, ob ich doch noch in der zentralen Studienberatung lande und warum ich plötzlich durch die Zeitreise Konzerte gebe und Niederländisch lerne, all das erfahrt ihr in den nächsten Teilen. Prüfungsängste manifestieren sich auf verschiedenen Ebenen. Körper, Gedanken, Gefühle und Verhalten. Diese vier Ebenen der Angst beeinflussen sich jeweils gegenseitig und verstärken so das Angsterleben in der Prüfungssituation. Die Rückkopplungsschleife der Angst verdeutlicht, wie Ängste entstehen, wie sie wachsen und immer belastender werden. Ein angstauslösender Reiz wird als bedrohlich bewertet. Und wer auf diesen bedrohlichen Reiz mit Flucht oder Vermeidung reagiert, wird in der aktuellen Situation die Angst reduzieren, was sehr positiv erlebt wird. Die grundsätzliche Angst vor dem Reiz wird dadurch aber verstärkt. Ja, und jetzt zum Abschluss eine kleine Aufgabe für Sie. Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie der Angst schon einmal begegnet sind. Das kann eine Prüfungssituation sein oder eine ganz andere. Wie war das? Was haben Sie gedacht? Was haben Sie gefühlt? Wie war das in Ihrem Körper? Wie haben Sie sich verhalten? Und jetzt nehmen Sie einmal ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und schreiben Sie genau das auf. Und ordnen Sie diese unterschiedlichen Symptome den vier Ebenen der Angst zu. Also, Gedanke, Gefühl, Körper, Verhalten. So können Sie Ihre eigene Angst besser kennenlernen und können vor allem ein Gefühl dafür entwickeln, wie sich die Angst bei Ihnen äußert. So können Sie die Angst vor dem Reizigen, wie sich die Angst vor dem Reizigen,